Ja, der Bremswagen nicht funktioniert hat uns, der Gose mit seinem Black Devil hier in den Erdwall reingekraft ist, also in dem Sinn, es ist bitte tatsächlich ernst zu nehmen, bitte dort nicht zu stehen. Wie gesagt, nächster am Start, Final Destination. Also den Motoren sind ziemlich einiges abverlangt, das ist vielleicht ein Vorlauf.